Dad, musst du morgen wieder in den Krieg? Ja, sei lieb zu Mami. Umarm sie, wenn sie traurig ist. Hallo, ich bin Kate Taylor, mein Ehemann ist Colonel. Wie wär's mit ein paar Freizeitaktivitäten, während unsere Soldaten drüben im Auslandseinsatz sind? Ich fänd singen toll. Singen? Wir könnten einfach ein paar Stripper holen. Oh, ja. Lisa, hilf mir, die Frauen zusammenzubringen. Also... Entschuldigung. Nein, nein, sag nicht. Nein, du. Okay. Äh, danke vielmals, Lisa. Eine sehr schöne... Also, das erinnert mich schwer an die Scheidung meiner Eltern. Lalalalalalala... Das klang wie das rituelle Geheul von einem Haufen Hexen. Übertreibst du da nicht? Ja. Wir haben den Kontakt zu der Einheit verloren. Mir rutscht das Herz bei jedem Anruf in die Hose. Oder wenn's an der Tür klingelt. Wie haltet ihr das aus? Für dich mag der Chor nicht so wichtig sein, Lisa. Aber die Frauen brauchen ihn. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Bewegende Musik entsteht nicht allein, weil alles perfekt ist. Sie kommt aus euren Herzen. Warum singen wir eigentlich immer nur unter uns? Die Leute müssen uns hören. Unser Chor. Würdevoll, damenhaft und mit Anstand.